Die Superaufreiser kommen und wollen nur eins, Mädchen. Was machen zwei junge Männer, die mal so richtig auf die Pauke hauen wollen? Sie quatieren sich in einem Luxushotel ein und betätigen sich als die Superaufreiser. Das von Rob Morrow und Johnny Depp verkörperte Duo tritt in unsere turbulenten Komödie mit Feuereifer in Casanovas Fußstapfen und gerät dabei in unglaubliche Verwicklungen. Zwei Stunden vor der Modenschau. Meine ganze Kameraausrüstung, alles weg, auf dem falschen Flieger. Also ich in den nächsten Fotoladen, um mir dort eine neue Kameraausrüstung auszuleihen. Der Typ, der guckte mich an. Ich zog meine American Express Karte raus und dann lächelte er und sagte, pas des Problems, Madame. Aber weißt du was, ich hab die Titelstory. Nicht schlecht, oder? Ich heiße Philipp Stürmer, Müll, Philipp Müller. Ich bin Stürmer und fünf und mag keine Milch, aber Müller mit Schoko. Alles Müller oder was? Ich heiße lieber Katrin als Müller, aber was Schöne mag, mag ich auch. Müller-Milch, alles Müller oder was? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020